Der Duft frischgebackener Waffeln lässt jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn die Waffeln dann noch so professionell wie von den Waffle Brothers zubereitet werden, gibt es kein Halten mehr. Kein Wunder also, dass die Waffle Brothers Stores Regenzulauf haben. Hier können die Kunden ihre Waffeln, aber auch Shakes beliebig variieren. Dafür stehen diverse Soßen, Obst, Streusel oder Schokoladenriegel zur Verfügung. Das Konzept bietet Gründern, die sich als Franchise-Partner dem Unternehmen anschließen können, gute Chancen. So sind beispielsweise keine speziellen Vorkenntnisse nötig, denn die Partner werden intensiv im Pilotbetrieb geschult. Interesse geweckt? Dann klicken Sie jetzt hier und erfahren Sie mehr.